Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Gipskarton-Revisionsklappe einbauen und somit natürlich auch im Rehgips-Trockenbau setzen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Diese Anleitung funktioniert eigentlich bei allen Größen relativ ähnlich und auch ist es egal, ob wir unsere Klappe später in die Wand bzw. auch an die Decke geben möchten. Und zuerst einmal sollten wir schauen, dass wir unsere Mitte von der Revisionsklappe herausfinden. Da habe ich mir mal ein kleines Kreuz gemacht und den Strich nach oben mit einer Wasserwaage und auch auf die Seite mit einer Wasserwaage verlängert. Danach geht es nämlich darum, dass wir am besten auch bei unserer Revisionsklappe hier die Mitte herausfinden. Habe ich auch einen kleinen Strich gemacht, genauso auf der zweiten Seite auch. Und dann können wir es nämlich auch schon einmal grob in die Mitte hin ausrichten. Wichtig ist, dass wir uns jetzt auf jeden Fall mal noch eine Wasserwaage hier oben drauflegen und wenn es dann auch sauber im Wasser sitzt, dann können wir mal hier außen noch unsere Öffnung mit einem Bleistift ordentlich anzeichnen. Bevor ich es vergesse, in meinem Fall befindet sich diese Wand noch im Rohbauzustand, bedeutet einfach, sie muss noch weiter verarbeitet und natürlich später auch noch gestrichen werden. Doch wenn du sehr sauber arbeitest beim Einbau von so einer Klappe, dann kannst du das Ganze natürlich normalerweise auch machen, wenn deine Wand schon fertig, also fertig gestrichen ist. Unsere Ecken konnten leider nicht mit angezeichnet werden, weswegen ich einfach mal nochmal die Wasserwaage hinhalte und dementsprechend die Linie etwas weiter ziehe. Die Öffnung ist richtig angezeichnet und jetzt müssen wir diese natürlich auch noch irgendwie ausschneiden. Hierfür am besten eine einfache Stichsäge nehmen oder wie in meinem Fall so ein Multifunktionswerkzeug, denn damit geht es noch einmal deutlich besser. Das entstandene Stück kann ich ganz einfach entnehmen und wir können gleich mal testen, ob unsere Klappe jetzt auch reinpasst, deswegen diese am besten einfach mal öffnen. Da befindet sich normalerweise noch eine Art Feder, um das ganze Teil nämlich auszubauen. Danach kann ich auch schon die Tür ganz einfach rausnehmen und den Rahmen sollte ich jetzt einfach einsetzen können. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus. Meinen Rahmen habe ich also mal richtig herum eingesetzt, bedeutet in meinem Fall, dass die Tür einfach nach links aufgeht. Das ist jetzt nämlich wichtig, da ich mir schon zwei solche Holzlatten einmal hergeschnitten habe. Die sind einfach etwas länger als unsere Öffnung hier und auf den Seiten befinden sich jetzt nämlich normalerweise auch noch dementsprechend Laschen, die ich etwas um 90 Grad rausdrehen kann. Bedeutet, in dem nächsten Schritt geht es darum, dass wir unsere Holzlatten nämlich mal von hinten an die Rehgipsplatte festschrauben und später können wir dann auch den Rahmen anhand diesen Laschen an den Holzlatten befestigen. Die Kunst liegt jetzt darin, dass wir unsere Holzlatten so festschrauben, dass die Schrauben von der Verblendung von unserem Rahmen überdeckt werden. In meinem Fall sind das in etwa 1,7 Zentimeter, denn wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir natürlich unsere Schrauben überspachteln, schleifen und später nochmal anmalen. Und das wollen wir uns natürlich auf jeden Fall sparen. Da wir relativ nah am Rand schrauben müssen und der Gips dann natürlich auch relativ leicht bricht, habe ich einfach die beste Erfahrung damit gemacht, dass man zuerst einmal mit einem Bohrer in unsere Gipskartonplatte etwas reinbohrt. Der Bohrer sollte übrigens dann auch einen Ticken größer sein als der Schraubenkopf und wenn wir ein paar Millimeter drin sind, dann können wir unsere Schraube nämlich auch ganz einfach einsetzen und normalerweise sollte der Gips nicht brechen, aber trotzdem die Holzlatte fest verschraubt sein. Damit die Schrauben am Ende auch sicher nicht über meine Verblendung rausschauen, mache ich mir mal ganz einfach noch eine Markierung und zwar jeweils drei kleine Stellen, denn ich denke mal drei Schrauben sollten für diese Länge vom Holz auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt bohre ich meine Löcher wirklich mal nur ein paar Millimeter tief und zwar doch relativ nah beim Ende meiner Verblendung, desto näher ich natürlich an meiner Öffnung bin, desto leichter bricht der Gips anschließend auch. Danach gehe ich meine Holzlatte durch, die Öffnung gebe ich sie von hinten einmal relativ mittig an meine Gipskartonplatte ran, schaue natürlich, dass es auch hier bündig ist, dass danach mein Rahmen auf jeden Fall wieder reinpasst und dann kann ich mal schon anfangen meine erste Schraube zu setzen. Wichtig hierbei jetzt wirklich nicht zu stark eindrehen, der Schraubenkopf sollte wirklich nur ganz leicht unter der Oberfläche sein und das reicht auf jeden Fall aus, damit meine Holzlatte auch fest sitzt. Die Holzlatten sind fest und jetzt erstmal meine Befestigung von dem Rahmen um 90 Grad drehen, dass diese natürlich auch auf allen Seiten richtig rausschauen. Und danach können wir nämlich unseren Rahmen auch mal wieder richtig rum in unsere Öffnung reingeben. Wir sehen auf jeden Fall, die Schrauben sind auch verdeckt, somit haben wir uns wieder sehr viel Arbeit gespart und jetzt können wir auch unseren Rahmen mal hier außen festschrauben. Natürlich sollten wir diesen Schritt erst machen, wenn unsere Wand komplett fertig ist, also richtig gestrichen, aber ich zeige es für das Video jetzt trotzdem mal, da ich den Rahmen dann natürlich auch wieder ausbauen kann. Und wir sollten auf jeden Fall mit einer Hand ordentlich Druck auf unseren Rahmen geben, dass dieser auch wirklich schön an der Gipskartonplatte sitzt und dann schraube ich auch schon die erste Seite von dem Rahmen ganz einfach fest. Wie man ja gerade eben gut erkennen konnte, wird die Tür mit so einer Stange und einer speziellen Feder an unserem Rahmen befestigt und diese Stange geht hier unten jetzt in ein Loch und auch natürlich auf der Oberseite in so ein Loch hinein. Das Problem ist nur, das Loch ist jetzt mit der Gipskartonplatte hier zugemacht und da müssen wir das Loch jetzt entweder aufbauen oder aber wir können auch mit so einer Schnellbauschraube ganz einfach mal in dieses Loch reinschrauben und wieder rausschrauben. Dann sollte die Stange nämlich auch ganz einfach hier unten wieder reingehen. Zum Schluss gebe ich noch meine Tür richtig rum geöffnet einmal in unseren Rahmen rein, muss natürlich schauen, dass hier unten die zwei Löcher übereinstimmen, genauso hier oben, da wo ich gerade eben ja noch etwas gebohrt habe und danach gebe ich mal meine Stange mit der Feder nach oben schauend schon in die zwei Löcher hinein und auf der Unterseite kann ich das Ganze nämlich dann auch ganz einfach reingeben. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon so eine Revisionstür ganz einfach eingebaut und können natürlich auch unsere Befestigung hier hinten einmal noch ganz einfach nach hinten wegbiegen. Wenn du dir für zu Hause Revisionsklappen in den verschiedensten Größen ein Multifunktionswerkzeug oder natürlich auch eine normale Säge zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. �st du das Video nämlich zu Ole Pilgrino Antone Anerbrook 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 Anerbrook